Hallo zurück, hier sind wir wieder bei The Forest Bei dem schönen Teichsee, wo mal die Enten... Ach, da sind wieder die Enten. Glaubst du, die kann man fangen? Ich hab's noch nicht einmal geschafft jetzt. Hast du deinen Topf voll gemacht mit deinem... Nee. Nee, hab ich nicht. Warte, warte, warte. Dann muss ich hier irgendwie hier so am Rand... Ja, 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 ich hab's. So, voll ist es. Ich will wieder mein Speer. Meine Fresson. Ich... Wo bist du denn? Ach du bist schon wieder hinten. Hopp, hopp. Also die Eichhörnchen sind relativ leicht zu fangen, ne? Die sind nicht so... Komisch, ja. Genau, und was wir jetzt in dieser Folge vorhaben, wir wollen in die Schneewelt... Ja, das hatten wir schon in der letzten Folge vor. Jo, eigentlich. Bäh. Da... Da... Nicht du schon wieder. Ja... Wir haben Besuch, ich seh schon... Oh, da sind viele. Also... Von kurzem... Geht das wieder, ne? So, ich hab jetzt direkt vom Speer... ... wieder... ... meine Waffe ausgewählt und jetzt ging's einigermaßen. Mach du mal, ich möchte eigentlich mal ne... ... schöne Wärmerüstung hier ausnigermaßen machen. Ja, genau, du machst das schon. Ach... Ich liebe es. So. Gut, also jetzt in der Nacht einfach mal Richtung Berg laufen. Ist in der Kloch dabei? Stoff, das ist immer gut. Was? Stoff, 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 Stoff? Oh, Gott. Ah, da sind die ganzen Koffer wieder. Ach, ja, stimmt. Ich brauch ein bisschen Stoff unbedingt mal wieder. Ein bisschen Stoff, weißt du? Okay, okay. Ich seh... Ich brauch unbedingt wieder... Ich brauch unbedingt wieder Stoff, Alter. Du schreibst auch gar nicht davon. Alter, der ist so schwarz, der Sigmund gar nicht. Bist du schon wieder rassistisch? Hä? Wo ist der? Ach du. Ist die, sein ist sie. Mann. Du hast ihn nicht stöhnen, oder? Ja, wenn du geschlagen hast. Ah, scheiß Hase. Na gut, also jetzt... Hä, warnt ihr so wenig Koffer? Nein, eigentlich nicht, aber... Komisch. Wir gehen jetzt einfach mal Richtung Berg. Weil wir vermuten einfach mal, dass da die Schneewild ist. Jupp, da geht's runter. Ach, da sind die Zell da. Da könnten wir übernachten. Ah ja, stimmt. Geht das schon? Geht das bei dir? Übernachten? Richtig nice. Ja, geht. Ja gut, dann machen wir das schnell. Dann speichere ich schnell mal. Und schlafen. Speichern und schlafen. Sehr gut. Sehr schön. Wie geschmiert läuft das grad hier? In der Tat. Dann gehen wir nochmal zu dem Totem hier. Ich hab ein bisschen Hunger. Da war ja auch nur unser Lagerfeuer. Dann können wir uns gleich was zum Braten machen. So als Zwischenstopp. So ein Lagerfeuer. Woanders. War doch irgendwo hier. Ich bin doch nicht blöd. Es war hier, ja. Aber irgendwie. Ist die spawned. Ist definitiv. Stoff, 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 Stoff. Hm, naja. Wieso hab ich eigentlich so viel Durst machen? Also irgendwie. Stoff, Stoff. Stoff? Kein Stoff. Soll ich da schnell ein bisschen Feuer machen? Ja, wir machen schnell ein Feuer. Damit wir uns Essen machen können. So. Einmal anzünden. R. C. Oh, ich hab auch kein Fleisch da. Bei einem Schuh. Ich hab zweimal was draufgehauen. Yay. Da haben wir meinen Topf auch noch drauf. So. Ah ja, das ist ne gute Idee eigentlich. Kann ich eigentlich auch direkt machen. Für was braucht man eigentlich dieses Cash? Also, äh, nicht Coins, sondern Cash. Ähm, war das was? Den dort kann man used to stoke fires. Achso. Cache. Achso, um Feuer anzuheizen, oder wie? Ja, wenn man keine, äh, äh, keine Blätter mehr hat, dann wahrscheinlich. Jetzt hab ich ja keine Blätter mehr. Das ist irgendwie... Ist das möglich? Hm, wer weiß. Also, Hunger ist kein mehr. Da oben wär nochmal der See. Wollen wir denn dann nochmal dann das auffüllen? Ich weiß nicht. Ich würd eigentlich sonst... Scheißen wir wieder so nach viel Zeit hier. Ich würd weiter nur gucken, vielleicht kommt ein anderer See. Ja, da kommt bestimmt nochmal einer. Eben, glaub ich auch. So, meinst du fertig? Ja. So. Wollen wir hier nochmal schnell die Höhle überkennen, dass wir hier schon mal da waren? Ja. Hier waren ja nochmal zwei Eingänge. Machen wir das mal schon. Waren wir da jetzt? Also haben wir alles da... ...gehabt, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir das in der Höhle wirklich schon alles gemacht haben. Das bleibt halt mal stehen, du scheiß Lizard. Ich mach die Farbe jetzt... Warte, ich seh das halt wieder kurz so schlecht. Das ist wieder so so orange. Ah Gott sei Dank, du kacklissert ey. Du entkommst mir nicht. Was haben wir denn gesagt? Lila jetzt, ne? Für... Lila, ja genau. Lila für abgeschlossen. Lila... Ja, so lila oder rot, irgendwie sowas. Ja. Und da oben war aber nochmal der Eingang, den markiert... Ach, den haben wir schon markiert, sehr gut. Oder? Aber das ist... Ah ja, dann können wir den gleich auf lila machen. Dann mach den schon mal auf lila. Das ist lila. Ja ne, aber das ist nicht das gleiche lila. Das ist ein... Murks... ...besondersgleichen ey. Irgendwie... Als hättest du uns eingestellt, dass das nie die gleiche Farbe... ...sein kann, zweimal. Du glaubst fast echt, dass man nicht zusammen die gleiche Farbe reinhauen kann. Ja, weiß haben wir doch auch schon öfter. Das ist blau. Pink. Ich seh das so nicht. Du musst das gucken, weil ich muss jedes Mal wieder nach oben gucken. Mal weitermachen. Ich seh's wieder von vorne an. Aha. Blau. Blau. Türkis. Blau. Gelb. Gelb. Ja, lass das... Lass das jetzt einfach. Das ist das anderes lila, aber... Ungefähr. Ja, das ist jetzt... Das ist ja... Das versteht. Genau, äh... Wir gehen in die falsche Richtung. Wir müssen da rüber gehen. Hm, was? Hm? Ach, da hinten. Okay. Ich glaub hier oben waren doch irgendwann mal Kopf, oder? Ich weiß es nicht mehr. Nein. Kann sein, ja... Nein. Nein. Ach, ich nehm mal, wenn wir schon mal da sind. Ähm... Falls wir... Alter. Was machst du denn? Was? Ach so, ich hab ein Törtelchen. Das hat eigentlich ne Schlickrütte hier oben. Huh? Hä? Das ist Dinge schon tot, man. Die ist de-spawned bei mir. Ja, oder? Da direkt vor mir. Toll. Bei mir ist einfach de-spawned. Ah, jetzt. Oh, jetzt fliegt sie runter. Ja, jetzt ist er auch wieder da. Und jetzt holt sie, aber ich krieg das Zeug. Wohl, wohl, wohl. Ach, ich hatte noch eins. Oh. Äh, egal. Du hast also umsonsten eine Schlickrütte getötet? Ja, es tut mir leid. Ich dachte, ich hab keins mehr. Wir bräuchten... Ich brauch noch paar, ähm... Federn. Also, Vögel sind echt schwer zu kriegen. Das ist echt brutal. Ja, so schwer ist es glaub ich gar nicht. So, langsam begeben wir uns auf... Ungewohntes Terrain, sag ich mal. Hier haben wir unseren ersten Mutanten gesehen. In dieser Gegend. Ne, unser erster Mutant, das war... Ja, also jetzt... Bei der Siedlung hinten. Den wir halt bekämpft haben. Ja, genau. Ne, war das nicht der in unserer Siedlung? Oh, du dann verreckt bist. Ah, ne, ne. Ich hab gedacht, dass da die Farbe... Das ist wie uns sichtbar. Oh, alter. Okay, Schneewell kommt schon bissl abrupt irgendwie, ne? So, plopp. Weiß. Hey, wir sind schon da? Cool. Nice. Eher doch schon ziemlich so cuttet. Oh, okay. Du bist ein... Ich hab nichts gemacht hier. Chill mein Leben, bis ich... Du wirst schwingelaufen. Sof... Ne, ich bin sofort stehen geblieben, als ich's gesehen hab. Guck, das rennt sofort weg. Hey, das Licht ist scheiße, wenn ich... Das Reh ist irgendwo da hinten, ist es. Hallo? You're cold and wet. Build a fire to get dry. Alter. Ja, ich hab's Reh. Ich hab's Reh. Wunderbar. Kann ich das Fleisch mitnehmen, oder wat? Kannst du ja mal. So. Da ist noch ein Reh. Oh, da sind zwei Reh. Alter, wunderschön. Wie bist Rechte? Hier, schau. Oh. Jawoll. Was ist das denn? Du hast voll daneben geworfen. Du bist Kacke. Ja. I know, I know. Ah, Mist, ich bin voll. Ich mach mir mal schnell hier... Ähm... Equip, 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 equip. Toll, jetzt ist weg. Blöde Spaß. Nee, ich kann's dir wieder geben, wenn du magst. Nein, alles gut. Da ist dein Speer, ne? Ach, da hinten sind nochmal zwei Rehe. Krasser Scheiß. Alter. So. Ich weiß, man trifft aber das Reh mit dem Speer und dann ist vollblutig im ganzen Körper. Ja. Ach, da unten ist noch das zweite. Ja. Das krieg ich auch noch. So, magst du's holen? Ich krieg den schon. Nein, beweg dich nicht! Will Spaß. Du hast das verschrien. Aber ich möchte das... Diesen beschissenen Speer werfen. Jetzt nimm... Ähm... Ich hab grad mit dem Speer geblockt. Ist ja geil. Ist der Speer, der buggt noch ein bisschen rum, irgendwie hab ich das Gefühl. Ja, der ist ein bisschen buggy manchmal. Vor allem bei mir war's ganz oft, als ich dann die Waffe gewechselt habe. Hm. Da war das dann auch ganz schlimm. Ach so, ich kann kein Fleisch mehr tragen. Hier wär Fleisch, ne? Falls du willst. Okay, warte. Das hol ich mir. Ich bin zu mit, ähm, Rehfleisch. Alter, ich hab voll nie Rehfleisch, Mann. Also schon krass, ne? Du machst ein ganzes Reh, ne? Can't carry anymore, genau. Oh, ich bin auch schon voll. Ach so, okay. Ja. Hab ich gar nicht gemerkt. Egal. Auf in die Schneewelt, lalala. Hey, hey. Alter, ich bin fast voll mit Rüstung von Reh. Ja, ich bin auch. Ziemlich voll. Essbare. Wie sieht du das? Ist das bitte? Nein, die sind ja auch nicht essbar. Die sind essbar. Ich bin schon wieder ein Reh. Ne, okay. Hier sind echt viel Rehe, muss ich sagen. Aber ein bisschen, die machen aber auch Rüstung, ne? Jo. Da sieht aber schon geil aus. Also schön ist schon. War ein bisschen abrupt, aber das sieht schon schön aus, ne? Ja, wenn du aber drin bist, sieht schön aus. Ich finde zwar, die normale Welt sieht ein Tickchen schön aus. Das ist realistischer. Oh, guck mal an. Oh. 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 Checkpoint. Und hier ist ein... Oh, ist ja schön. Und ein Bildchen. Ach, das ist die Yacht. Ah, ja. Juni 82. Oh, ist ja schön. Und ein Bildchen. Warte, ich hab noch Dynamit. Puh. Äh, anzünden. Schmeiß, wenn nicht zu weit. Puh. Sehr schön. Wunderschön. Richtig nass. Uappala, ich fall rein. Alter, geht ganz schön tief rein. Und? Was haben wir denn da jetzt rausgeholt? Ja, Part 2. Jawoll, von acht. Nee, Part 2 haben wir ja schon gehabt. Nee. Doch, wir haben erst ein Part 2 rausgeholt. Aber... Was war das denn für ein Part? Nee, wir hatten Part 1. Von acht. Und jetzt haben wir zwei von acht. Ich glaube, es geht nach der Reihe. Einfach egal. Nein, nein. Wir haben Part 7. Wir haben Part 7 von 8. Wieso? Wo ist das? Das ist der Griff. Du musst mal das Gesamte... Geh mal beim Griff runter. Da steht Part 7 von 8. Ach. Part da, das kleine Ding. Ach, und das muss man also nochmal kombinieren dann. Blindlock. Ah ja, okay. Kann man das jetzt schon kombinieren? Nee. Ja, bringt... Doch, kann man. Nee, es geht noch nicht. Du brauchst noch die anderen Teile. Oh, ist der See gefroren? Nee, glaube ich nicht. Alter, sieht voll geil aus. Kann man das Wasser trinken? Das mag ich so wissen. Nee. Das ist falsch knapp. Aber erst noch voll lange. Ist nichts passiert. Wieso sind hier... Ach, wir haben einen Baum weggesprengt. Weggesprengt. Hey, das sind zwei Fügel. Oh, wie easy das geht, man. Das bringt uns halt so viel, ne? Wow, nein! Nicht schon wieder. Oh, shit. Wieder Leben verloren. Einmal Medic nehmen. Na ja. Ja, die Baumstil müssen auch noch verpackt. Wir könnten uns hier einfach mal aus Prinzip ein Hunting Shelter bauen, wenn wir hier schon Dinger haben. Hm? Einfach für und dann hier ein bisschen rumlaufen in der Gegend und dann ins Dunkel wird hier übernachten. Brauchen wir aber sieben Dinger, naja gut. Achso, sieben. Ja. Ich hab's schon gebaut. So viel für scheiß Hunting Shelter. Ich hab's schon gebaut. Stecker, die ganzen Steine. Ich glaub das hält dann ein bisschen länger oder? Weil es braucht ganz schön viele Steine, dann die ganzen Sticks und so. Ja, ja das... Ich glaub das ist... Das bleibt für immer. Glaube ich. Hm. Das muss man dann abholzen, wenn uns das nervt. Ja gut, wir müssen uns eigentlich nur einen Baum noch fällen. Machen wir den kleinen da. Da kommt doch kein... Da kommt noch keine Baumstimme raus. Jetzt bin ich gespannt. Astix. Okay. Aber da kommt bestimmt Baumstimme raus. Wenn da jetzt nix rauskommen, dann... Oh ne, ich hör's schon wieder. Ja, ich auch. Also die haben gar nichts an dir. Ey, bei denen also die Schlange rund um die... Oh, Entschuldigung. Die Schlange rund um die Uhr, bei denen kommst du nicht mal dazu... Ja. Äh, einmal einen Schlagfeil zu geben hier. Wunderschön. Jetzt haben wir immer... Wir speichern mal gleich mal. So. Mich nervt der hier. Schön, schön, schön. Jetzt haben wir immer noch einen Rock. Das nervt mich. Ich will hier keine Rocks haben. Äh. Kann man die nicht zu Sticks verarbeiten oder so? Ja, zu schön. Hm. Ja, doch. Vielleicht mit deiner Axt geht das? Nee, geht nicht. Nicht. Naja, gut. Oh, da ist ein... Schneehaus, egal. Ich hab ein Schneehaus. Schön. Beweg dich nicht. Beweg dich nicht. Beweg dich nicht. Du sollst stehen bleiben, du Kack Reh. Glaub ich seh dich echt nicht. Wo bist du her? Ja, da ist ein Reh gewesen. Ja, ich hab's. Jawoll. Richtig schön. Warte, mit dem Speer bin ich richtig gut geworden. Fallenbogen hab ich eigentlich auch voll drauf. Na, jetzt. Jetzt läuft's weg. Meine Güne. Ich hab's nicht drauf. Ich hab einen Hasen mit dem Speer erwischt, der wollte... Sauber. Sehr schön. Komm, jetzt lass uns mal... ein bisschen weiter in Richtung Berge gehen, oder? Ah, hier ist so eine Steinmauer. Interessant. Ja, wo bist du denn? Ich seh dich grad nicht. Hier, Alter. So bist du dumm. Hier. Hier, hallo. Ach, da ist noch eh noch. Ah, ja, genau. Hier ist da. Ah, der bleibt da. Ja, genau. Jetzt gehen wir mal da Richtung Berge hoch. Ich glaube nicht, dass wir da hoch können. Ich hab so das Gefühl... Ja, irgendwann ist schon mal Schluss, ja. Ja, vielleicht finden wir ja noch irgendwas Nettes. Das ist hier schon der Abgrund, weißt du? Da kannst du vielleicht noch runter gehen. Aber hier hoch, glaub ich, dann kommst du nicht hoch, oder? Ah, doch. Noch geht's. Hier wird's dann wahrscheinlich Ende sein. Ne, es geht noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist denn das hier? Was denn? Hier war auch mal hier so grünes Gras. Ja, aus dem Schnee raus. Das sieht man vielleicht von hier aus, von den Dings da, wo wir drin waren. Ah. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil für die Leute, die die Story-Elemente übersprungen haben, die drei Folgen. Da muss ich ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Mhm. Hier ist der Darm bei mir, oder? Ich dachte... Ja. Hier kann ich irgendwo in der Höhle reingucken. Interessant. Ja. Bei mir ist der auch da. Echt? Mhm. Mhm. Wir können mir halt vorstellen, dass man hier an dem Berg halt irgendwie dann irgendwann mal klettern kann, ne? Kalt... Ich weiß das nicht. Kommen sie echt da hoch jetzt? Ja. Mega nice. Ja, was ist das hier? Das sieht irgendwie nicht natürlich aus, oder? Ja. Ne, das... Ah, das könnte ein Teil vom Flugzeug vielleicht sein. Oder das ist einfach ein Fehler. Ein Grafikfehler. Das kann natürlich auch sein. Ah. Alter, wir kommen echt weit hoch. Hätte ich nicht erwartet jetzt. Hättest du das jetzt erwartet? Nö. Aber ich... Glauben? Das ist schon das Maximale, glaube ich hier. Weil da das andere ist alles zu flach. Boah. Ich will es jetzt ausprobieren. Warte. Ja, nicht dein Ernst. Nein. Nein, oder? Okay, wo kommen wir denn da jetzt hin? Alter. Ich bin grad voll gespannt, man. Alter, es geht. Ah, Mann. Weil die Wand, die sah so aus. Oh, oh. Ich hab so Angst, dass sie jetzt aufhört. Oh. Gott sei Dank. Es geht noch. Es geht noch. Es geht noch. Es ist... Nein, oder? Wir sind jetzt echt... Es geht immer noch weiter? Okay. Es ist doch schon normales Schnee, oder? Ja. Jetzt... Ah, jetzt. Ich kann mich nicht bewegen. Wieso kannst du mich nicht bewegen? Nein. Warte, ich muss mich noch ein bisschen hoch. Hier ist... Spiel... Mapende. Schade. Schade, 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 schade. Alter, das wär geil bis zum Spitze. So weit fehlt gar nicht mehr, ne? Bis zum Spitze. Naja. Schade. Ja. Die Rundung da hinten... Findest du die natürlich? Eher nicht. Hätte ich gedacht eigentlich. Irgendwie schaut das nicht so. Aber guck mal, sieht das nicht wie ein Weg aus da unten? Da bis zur Kuppel hin? Ich weiß nicht. Ich glaub... Nee, glaub ich nicht, dass das ein Weg ist. Aber guck mal, das wär so schön. Hier könntest du so schön gerade hochgehen. Eigentlich fast ohne klettern. Und da siehst du den Punkt da oben. Warte, ich zeig's von meinen Zuschauern mal mit dem Speer, weil der kannst du ganz gut zeigen eigentlich. Mit meinem Finger. Da könnte man hochlaufen. Genau da. Das wär so toll. Ja, genau. Und dann hier irgendwo da entlang. Das wär so geil. Bis wir da oben auf der Spitze sind. Oh, da muss ich jetzt mit der Spitze vom Pfeil... Ähm, mit der Spitze vom... Ähm, Ding. Speer. Genau hier. Würde ich gern stehen, damit wir die Aussicht hätten. Aber ehrlich gesagt, die Aussicht enttäuscht ein bisschen. Ja. Die Weitsicht ist nicht gerade sehr hoch. Ja, jetzt müssen wir wieder runterklettern, oder? Mhm. Aber 21 Minuten sind wir schon, ne? Ich würde hier oben eigentlich eher beenden. Boah, ist das... Das wär ein Vorsprung und ich würd nach unten fliegen. Nein, nein, nein. Nein, ich muss jetzt nach unten. Und du musst auch nach unten. Okay, wir sind jetzt aber... Naja, egal. Ach, den Vorsprung meinst du? Alter, das geht ganz schön tief nach unten. Das sah gar nicht so aus. Schon, ne? Mhm, 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 mhm. Voll geil. Aber das gefroren sieht anders aus bei mir. Das sieht so jetzt lässlich aus, als wär ich nur nass. Das sieht mir so gefroren aus, das sieht eher aus, als wär ich nass. Egal. Wo ist denn du? Gehoben. Ich bin da wieder hochgeklettert. Ich bin da hochgeklettert. Ich bin da hochgeklettert. Hehehe. An der One-Star und dann drüber. Echt? Ja. Ich mein, das mach ich auch mal. Genau, aber jetzt können wir hier mal das Folgenende machen, können wir uns vielleicht noch mal umschauen und dann... Okay, dann... Ciao. Bis zum Schauen. Tschüss. Tschüss.